In der digitalen Welt gibt es unzählige Pfade zu erkunden. Wie wäre es mit einem Rundum-Sorglos-Paket, das aus einem IT-Produkt eine Strategie macht? Wir bei NTS bieten nur passende Services für gewünschte Bereiche. Network, Security, Data Center und Collaboration für flexible Arbeitsweisen. Wir beraten Sie, unterstützen und übernehmen auf Wunsch die kontinuierliche Durchführung. Unser Angebot ist auf ausgewählte High-End-Hersteller fokussiert. So schaffen wir die Möglichkeit, auf jedem Gebiet mit Expertise zu glänzen. IT-Security? Sicherheit ist für uns kein Fremdwort. Sollte es auch für Sie nicht sein. Im Durchschnitt dauert das Erkennen eines Breaches 207 Tage und die Anzahl an Cyberangriffen steigt kontinuierlich. Die richtige Defense-Strategie kann hier Abhilfe schaffen. Unsere NTS-Defense-Services minimieren Risiken und sind durch eine offene NTS-Defense-Plattform beliebig erweiterbar. Die Rohdaten bleiben immer vor Ort und stehen dem Unternehmen auch für abteilungsübergreifenden Nutzen zur Verfügung. Es entsteht also kein Security-Silo. Mit dem NTS Vulnerability Management identifizieren wir kontinuierlich Schwachstellen, zeigen Gefahrenpotenziale auf und unterstützen mit regelmäßigen Berichten und Meetings. Der Threat Detection Service CM ist das Rundum-Sorglos-Paket, bei dem wir Sie bei ernstzunehmender Bedrohung informieren. Durch die persönliche Betreuung unserer Defense-Analysten können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen. Relax. We care.